Ja, da war diese Ausschreibung, da ist praktisch in der Zeitung 3 zu einem Wagenlein gesucht, ich behaupte jetzt, und es ist nicht stimmt, was ich gesagt habe, ich habe irgendwann nicht behauptet, es war eine Proform-Ausschreibung, weil nämlich die Person, die da im Nachfolge soll, schon lange festgestanden ist. Da hat sogar ein Ereignis ergeben, das hat man auch erzählt, hört sich selbst mit dem Wagen auf, hat dann ein Gespräch gehabt um 16 Uhr mit dieser Firma, die diese Ausschreibung macht, dann hat es gesagt, ja, es fällt uns gut, dass sie sagen, sie wollen die nächsten 14 Tage.